ÖAMTC Fahrtechnik Moped Führerschein Klasse AM Riesenspaß mit 50 Kubik Das Moped ist für viele der Start in die mobile Zukunft. Die ÖAMTC Fahrtechnik bietet hier eine intensive praxisorientierte Ausbildung mit professionellen Instruktoren und Top-Mopeds, die den Jugendlichen kostenlos für die Ausbildung zur Verfügung gestellt werden. Mit dem vollendeten 15. Lebensjahr darf man ein Moped lenken. Bereits sechs Monate vor dem 15. Geburtstag kann der Kurs und die Prüfung gemacht werden. Den Führerschein gibt es dann am 15. Geburtstag. Gas weg, Gas geben, Gas weg. So, weg! Gas geben, Gas weg. Und bitte flüßchen, Licht gehen. Trainingsinhalte des Moped Führerscheins Klasse AM sind Lenk- und Kurventechnik. Lernen Sie das Moped zu kontrollieren und gezielt zu lenken. Ja, gut gemacht. Am letzten hast du runtergeschaut schon wieder. Blick und Fahrlinie. Man lenkt, wohin man schaut. Dieser Satz wird mit viel Übung perfektioniert, damit Sie im Straßenverkehr die ideale Fahrlinie finden. Bremsen und Notbremsen. Üben Sie mit einem erfahrenen Instruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, worauf es beim Bremsen und Notbremsen ankommt. Ausweichen und Handling. Auf unserer Handlingstrecke werden einzelne Trainingsinhalte in rascher Abfolge geübt. Ja, genau. Bravo! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020